Sieben Dinge, die ich gern gewusst hätte, als ich meine eigene Social Media Agentur gestartet habe, die ich erst mit der Zeit erfahren habe und die mir vorher ein bisschen Zeit und auch vielleicht ein paar Kopfschmerzen erspart hätten. Das heißt, wenn du gerade gestartet bist oder vielleicht mittendrin bist, dann pass jetzt ganz genau auf, worum es hier geht und welche sieben Dinge ich dir jetzt verraten werde. Der erste Punkt ist folgender und zwar suche nicht nach Ideen, sondern suche nach Problemen, die du lösen kannst. Ganz häufig kommt das vor, vor allem auch, wenn wir in unserem Programm der Social Media Agentur Academy sind, dass immer wieder neue Gründer Ideen haben, sagen, hey, ich könnte doch das machen, ich könnte doch das machen und ich könnte doch das machen. Und viele von diesen Ideen sind definitiv gut. Eine Thematik aber, die oft vergessen wird, ist, welches Problem löst du eigentlich? Also welches Problem löst du mit dieser Idee und wie gut löst du dieses Problem mit dieser Idee? Und vor allem auch, wer ist bereit, dafür auch gutes Geld zu bezahlen? Und häufig sind das geile Ideen, die aber nicht so große Probleme lösen und die auch nicht so wichtig sind und vor allem auch nicht so wertvoll. Das heißt, sie geben einem nicht so viel Mehrwert zurück in Form von einem Auftrag, wo 2.000, 3.000 Euro zurückkommen, wie einfach schon zu gucken, wo sind denn schon Probleme, wo drückt denn schon der Schuh und dann einfach klassisch Lösungen zu nehmen, die es schon gibt oder selber zu entwickeln für genau diese Themen. Die zweite Sache ist folgende und zwar, du brauchst keine Webseite. Ich habe bis heute keine eigene Webseite. Die meisten kommen zu mir und sagen, ich brauche eine Webseite. Ich sollte doch eine Webseite machen. Ja, ich warte noch, bis ich meine Webseite habe. Deine Webseite ist nicht relevant, Mann. Du brauchst auch keine Visitenkarten. Ich habe mir bis heute noch nie Visitenkarten geholt. Und jetzt kommen ein paar Profis und sagen, ja, nee, es wird schon mal Zeit, dass du Visitenkarten und eine Webseite hast. Ja, natürlich. Aber für den Anfang, nobody cares. Wenn du genug Vertrauen in den Menschen auslöst, sodass er dir vertrauen kann und vor allem auch versteht, dass du ihm helfen kannst, dann wird er keine Webseite brauchen, er wird keine Visitenkarten brauchen oder sonst irgendwas. Kommen wir zum dritten Punkt. Und zwar, du brauchst kein Studium, du brauchst keine Ausbildung dafür, um das machen zu müssen oder sonstiges. Du kannst dir all das wissen, kannst du dir selber zusammensuchen, sehr mühsam, sehr lange und auch ohne irgendwie Feedback zu kriegen von irgendjemandem, indem du YouTube-Videos guckst, Blogartikel liest oder sonst was. Glaub mir aber, das ist ein richtiger Pain in die Ass. Du hast da keine Lust darauf. Ja, es kostet zu viel Zeit, du kriegst kein Feedback oder sonst was. Das Einfachste, was du machen kannst, ist es, dir, wie gesagt, einen Mentor zu suchen. Das heißt, entweder mit jemandem zusammenzuarbeiten, der schon eine Agentur hat, der damit große Erfolge erzielt, mit dem du das zusammen machst, der dir Feedback geben kann und Wissen vermittelt oder du investierst in eine Ausbildung, die nicht offiziell ist, also jetzt keine offizielle von der IHK beispielsweise, sondern du holst dir beispielsweise ein Mentoring oder ein Coaching, wie bei uns, die Social Media Agentur Academy oder bei anderen Anbietern. Du kannst dir Kurse kaufen, das sind nämlich Shortcuts, das sind Abkürzungen, die dir dabei helfen, schneller an mehr Wissen zu kommen, vor allem auch die Essenz zu kommen, dass du die Essenz nicht selber extrahieren musst, sondern dass du konkret eine Blaupause kriegst, einen roten Faden, wo ganz genau drin steht, was du zu tun hast, was die Essenz davon ist, damit du deine Zeit nicht verschwendest, mit einem Haufen unnötigen Kram zu lernen und dass du einen Mentor hast, der dir Feedback geben kann, dem du Fragen stellen kannst, der dich auf deinem Prozess begleitet. Wenn du dein Business startest, dann ist Cashflow eine hohe Priorität. Das bedeutet, verplane dein Geld nicht für einen Haufen private Ausgaben, ja, schau, dass du dir kein neues Auto holst, du baust auch keine neue Wohnung, im Regelfall auch keinen neuen Laptop oder sonst irgendwas. Schau, dass dein Cashflow hoch ist. Arbeite erstmal mit all den Dingen, die du hast. Schau, dass du 10.000, 20.000, 30.000 Euro beiseite schaffst und im besten Fall sogar mehr, dass du dann anfängst, wieder ein bisschen zu reinvestieren. Das heißt, am Anfang ist dein Cashflow super wichtig. Das heißt, dass du positiven Cashflow hast, dass du genug Geld auf deinem Konto hast, damit du genug Möglichkeiten hast, einfach dich erstens gut zu fühlen und zweitens keinen Stress hast, irgendwie noch tausend Sachen nebenbei machen zu müssen. Zum Thema Cashflow und vor allem, wie man nicht mit seinem Geld umgehen sollte, findest du ein Video hier oder hier, was wir dir verlinken, was wir hochgeladen haben, wo es darum geht, warum du niemals genug Geld haben wirst. Also meine größten Fehler, die ich gemacht habe, aus denen ich gelernt habe, die für mich am Anfang sehr entscheidend waren und wo ich andere vorbewahren möchte, dass sie genau dasselbe machen. So, der nächste Punkt ist folgender und zwar, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, das heißt, du hast irgendwie keine Motivation, keine Lust, dir fällt gerade nichts ein oder das, was du gerade machst, an der Krise versuchen, funktioniert nicht, so wie du es dir vorgestellt hast. Du kommst nicht mehr zu den Erfolgen, die du vorher vielleicht mal hattest. Dann fokussier dich einfach auf den Erfolg deiner Kunden. Warum? Deine Aufgabe ist es ja, deine Kunden nicht nur glücklich zu machen, sondern dafür zu sorgen, dass sie geile Erfolge und Resultate haben. Und wenn du mal eine Zeit hast, ich nenne sie jetzt mal Eiszeit, in der vielleicht gerade nicht so viel mit der Akquise geht, oder du vielleicht gerade auch nicht so viel Zeit hast, weil irgendwas privat gerade los ist, dann fokussier dich darauf, dass die Kunden, die du hast, Erfolge haben, dass sie Resultate haben, over-deliver, ja, das heißt, under-promise, over-deliver, liefer mehr als du versprochen hast und schau, dass es denen gut geht und die mit dir super zufrieden sind. Warum? Sie werden weiter bei dir Kunde bleiben, sie werden dich weiterempfehlen und du hast einen höheren Hebel bei ihnen, das heißt, du kannst aktiv auf sie zugehen und sagen, hey, kennst du jemanden, der das und das macht? Kannst du mir da einen Kunden weiterempfehlen? Könntest du mir hier helfen und so weiter? Das heißt, du steuerst dadurch auch die Bereitschaft, dass dein Kunde beispielsweise dir auch Empfehlungen weitergibt, dass er dir ein Testimonial gibt, das heißt, ein Video schickt oder vielleicht einen Text, der dich weiterempfiehlt, der gibt dir neue Ideen, bringt dich in neue Netzwerke rein einfach, ja, und das ist im Prinzip immer das, was ich damals gemacht habe. Wenn ich mit dem Rücken zur Wand stand, wenn mein Monat nicht so gut lief, ich habe mich einfach darauf fokussiert, dass das, was ich gerade habe, dass das richtig geil wird, statt im Außen nach neuen Kunden oder nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Der letzte Punkt ist Fokus, ja, fokussier dich nicht auf kurzfristige Erfolge, sondern auf die langfristigen. Es ist nicht relevant, was morgen oder in einer Woche passiert, sondern es ist doch viel, viel spannender, wo du in einem Jahr, zwei oder in drei stehen wirst. Und dazu haben wir eben wieder ein Video gemacht, und zwar, wo es um natürliche Selektionen geht und vor allem auch darum, was die Wahrheit ist über Social Media Business, ja. Dazu findest du ebenfalls hier oder hier eine Verlinkung, zu was du dir angucken kannst, wo ich sehr ausführlich darüber spreche, warum du dich fokussieren musst, warum du in Bewegung bleiben musst und warum es um die langfristigen Ziele geht und nicht um das, was du kurzfristig erreichst und erreichen kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass den ganzen Daumen nach oben da und abonnier den Kanal, falls du das noch nicht getan hast und aktivier die Glocke, damit du auf gar keinen Fall noch mal was verpasst. Unten in der Beschreibung findest du ebenfalls ganz oben einen Link zu einem kostenlosen Online-Training von uns, wo wir Leuten helfen und zeigen, wie sie ihre eigene Social Media Agentur in drei Schritten gründen und Firmen dazu bekommen, ihnen 1.500 bis 4.000 Euro im Monat zu bezahlen. Das kannst du dir kostenlos angucken und dort erfahren, wie du auch mit uns zusammenarbeiten kannst. Und an der Stelle freue ich mich darauf, dich beim nächsten Video zu sehen. Denk daran, Dienstag und Donnerstag immer um 18 Uhr. Bis dann. Ciao.